Herzlich willkommen! Ich möchte Sie auf unsere Tagung Kommunikations- und Medienethik Reloaded aufmerksam machen. Sie findet am 21. und 22. Februar hier in Köln an der Hochschule Makromedia statt. Dort geht es um Fragen, die uns alle umtreiben. Was passiert, wenn wir unser Zuhause per Internet vernetzen? Was nützt es uns, wenn Techniken sogenannter künstlicher Intelligenz aus Datenmassen Erkenntnisse über uns aussortieren? Und wann wird dies für uns zum Nachteil? Welche Folgen hat es, wenn wir uns Sprachassistenten wie Alexa anvertrauen? Welche Daten geben wir jeweils vielleicht unbemerkt preis? Und liefern wir damit Einblick in unser Privates so, als würden wir in einem Glashaus leben, für alle einsehbar? Wer ist verantwortlich, wenn etwas schiefläuft? Wo ist Verantwortung gar nicht klar zugewiesen? Woran sollen wir uns in der digitalen Gesellschaft orientieren, um selbstbestimmt zu gestalten, wo wir privat bleiben wollen oder wo wir neu oder speziell in der Verantwortung sind? Bei der Tagung Kommunikations- und Medienethik Reloaded sprechen wir Punkte an, auf die es ankommt. Die Referierenden halten teilweise Antworten bereit, teilweise Analysen, die uns zeigen, wo Handeln ansetzen kann und bei wem. Das gelingt nur, wenn Praktiker und Forschende jeweils aus ihrem Blickwinkel nachdenken und dann ihre Erkenntnisse zusammentragen. Deshalb bauen wir bei der Tagung Kommunikations- und Medienethik Reloaded weiter an der Theorie-Praxis-Brücke. Wir schauen also auch, was Forschende und Praktiker voneinander lernen können und wie sie gemeinsam für mehr Orientierung in der digitalen Gesellschaft sorgen. Die Tagung findet dieses Mal erstmals in Köln statt, also ebenfalls wie bei unserem traditionellen Ort München in einer der Medienstädte in Deutschland. Gastgeberin ist die Hochschule Makromedia. Sie versteht sich als Hochschule des digitalen Wandels und bindet Ethik gerade insbesondere im Journalistikstudiengang als Querschnittsthema ein. Veranstalter der Tagung ist die Fachgruppe Kommunikations- und Medienethik der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft zusammen mit dem Netzwerk Medienethik und der Akademie für politische Bildung Tutsing. Wir freuen uns auf die Diskussionen in Köln. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!